hallo hallo schönen tag ja ich hab mal seit langem wie soll man dieses heftchen bekommen die aktion woche von action die wochenangebote ab mittwoch 30 august bis dienstag 5 september gültig ne und ich dachte ich blätter mal schnell durch zeige euch was da steht ja eben coca-cola spreid von der mezzo mix verschiedene varianten zuzüglich fand ne 25 sind 500 ml pro stück 79 so dann la sonata küchen oder geschirrtuch verschiedene größen so wenig heute und designs 1 19 pro stück kinderrucksack verschiedene designs 25 x 34 pro stück 4 95 a force batterie aaa oder aaa alkaline 1,5 v pro packung 8 pack ist es pro packung 129 so redstone küchen und densilien verschiedene varianten edelstahl soft touch griff pro stück 133 s selte brief ablage din a4 format pro stück 133 ja kaffeebohnen von palazzo regular oder dark roast pro packung 749 ein kilo aufsteck bürsten geeignet für elektrische oral b zahnbürsten 95 24er pack welpentraining unterlagen 60 x 60 cm 100 pro stück 14 95 spülmittel classic oder zitrone 1 liter pro stück 89 cent so aus schweden ideal aus schweden handy hülle für iphone 12 12 pro 11 pro und so weiter pro stück 299 kokete zahnpasta advanced weiß oder fresh confidence 75 ml pro stück 99 cent lifehide piccolo bodenwischer mit wischpad leicht auszubringen pro stück 9,95 die gleichen piccolo ersatz 345 auch livehyde xl-tier folienballon verschiedene varianten pro stück 99 cent 60 x 90 cm 100 x 90 cm und heliumflasche für latex folienballons 7 liter 19,99 so liegs kabellose in eher kopfhörer schwarz oder weiß mit touch bedienung 7,79 tier pantoffeln verschiedene varianten 25 x 25 bis 32 größe pro paar 3,98 bettis kosmetik haarband verschiedene designs 89 cent pro stück damenhausschuhe mit kunstpelz grau oder rosa mit dicker sohle größe 37 bis 40 4,95 wirkzeugkoffer von wirkmann mit umfangreichem wirkzeug set 18 x 33 x 46 cm 88 teile ich brauche set 49 cent 49 95 so steht aluminium koffer mit rollen nur zeigt digitale tesor mit zwei schlüsseln und keilbolzen mit programmierbaren code 17 x 23 x 17 zentimeter exklusive batterien ohne pro stück 14,95 klappbare aufbewahrungshocker verschiedenen die varianten durchmesser 31 x 37 cm pro stück 6,95 crea scans diffuser nach füllpack verschiedene dürfte 750 ml pro stück 482 und dann auch crea scans duft ölbrenner braunes oder transparentes glas das da 5,98 und noch zum schlussumzugskarton 48 x 34 x 33 cm 50 liter 1,11 und verpackungsklebeband von tcx papier 50 meter x 50 mm pro stück 1,45 ja soweit ist das was im heftchen steht da kommt ja immer mal was dazu extra angebot bei denen und deswegen ja das war's von mir schnell durchgeblättert ja danke fürs zuschauen und schönes wochenende tschüssi eine schlüsseln бабU m Vielen Dank.